Ok, ich sehe hier das Spielen, Programmieren TV Team, nämlich Markus und Kevin. Was können Sie mir beide hier über die Messe erzählen? Ihr seid jetzt immerhin schon zwei Minuten da. Ja, ich finde die Messe nicht so schlecht. Sie ist halt ein bisschen blöd angeschrieben draußen. Bisher findet man sie gar nicht. Und ich finde es auch sehr interessant, dass er auf einem Microsoft Stand ist. Ok, Markus, du bist jetzt genau fünf Minuten auf der Messe. 01100010110